Spiele gegen Bonn, frei nach Gary Lineker, da liefern sich 10 Basketballer einen heißen Fight und am Ende verliert Hagen. So war das bis auf eine Ausnahme bislang, doch dieses Spiel läuft anders mit den großartigen Hagener Fans am Ischeland. Wir haben in der Vergangenheit viele verrückte Spiele gegen Bonn gehabt, zweimal in Bonn zur Halbzeit mit deutlich über 20 geführt, noch verloren, noch in der letzten Saison und dann in der letzten Saison auch hier das Spiel, wo wir, glaube ich, anderthalb Minuten vor Schluss hochgeführt haben und die Bonner das dann trotzdem noch gedreht haben, somit ist für ein interessantes Spiel wahrscheinlich alles angerichtet. Definitiv, die NRW Arena ausverkauft, auch aus Bonn eine Horde gut gelaunter Fans dabei, kann losgehen. Der Start läuft aus Hagener Sicht ganz gut, Phoenix Fürth zwischenzeitlich mit 5 Punkten, Keith Ramsey und Dino Gregory richtig gut aufgelegt. Bonn kann die eigene Qualität nicht so richtig aufs Feld bringen, leistet sich Fehler, doch dann kommt er. Point Guard Eugene Lawrence justiert das Spiel seiner Mannschaft und das so, dass Phoenix mehr und mehr aus dem Tritt kommt. Bonn spielt abgezockt die Uhr runter und hat dann auch das nötige Glück, kurz vor Ablauf der Uhr zu punkten und das mehrfach. Schon zum Ende des ersten Viertels ist die Partie gedreht, Bonn führt. Auffall, Phoenix! Bei Phoenix ist plötzlich die Konzentration weg. Stockfehler, schlechte Pässe, die Bonner sagen Danke. Neben Lawrence in dieser Phase ganz stark Tony Gaffney. In dieser Phase haben die Gäste einen Lauf. Auffall, Phoenix! Aber die Hagener bäumen sich nochmal auf, treten aufs Gas, zeigen mehr Intensität in der Defense und auch vorne klappt Mark Doris für drei. Zur Halbzeit elf Punkte tief aus Hagener Sicht. Auswärts wäre vielleicht schon ein Haken dran gewesen an so einem Spiel. In der Ennevi-Arena ist aber alles möglich. Das zeigt sich in Viertel Nummer drei. Larry Gordon und seine Kollegen drehen auf, kommen endlich auf die nötige Betriebstemperatur. Zehn Punkte in Folge. Phoenix ist dran, vor allem weil in der Defense mehr gewirbelt wird. Das zeigt plötzlich Wirkung bei den Bonnern, die das in der ersten Hälfte so unglaublich kalt gelassen hatte. Schlechte Würfe und Ballverluste sind die Folge. Das Spiel kann jetzt in jede Richtung gehen. Die entscheidende Phase. Henry Dugatz zeigt, was er kann und vollendet, was David Bell vorbereitet. Fein gestopft. Bonn verlässt das Wurfglück. Das Schlussviertel. Phoenix bleibt im Volldampfmodus. Bonn will's von draußen richten, trifft aber nicht mehr so recht. Auf der Gegenseite Keith Ramsey mit dem Dank zum 66 zu 59. Bonn versucht jetzt irgendwie in der Nähe zu bleiben. Aber trotz kleiner Schönheitsfehler ist Phoenix jetzt auf Schiene. David Bell mit einem humorlosen Dreier zur großen Freude der Phoenix-Fans. Die Antwort der Bonner. Ingo Freyja reagiert. Auf zwei, Phoenix. Den Knockout setzt David Bell. Sichert sich den Ball. Wird gefoult. Und verwandelt von der Freiwurflinie. 82 zu 77. Er ist der zweite Hagener Sieg überhaupt gegen Bonn. Ich denke vor allem so 5-6 Minuten vor Schluss haben wir uns ein zu großes Loch bringen lassen. Wir wissen, was Hagen für eine unkontrollierte Spielweise hat und vor allem für eine Offensivkraft. Und ja, es ist Hagen Clever, haben ihre Würfe, ihre verrückten Würfe, haben sie gut getroffen. Sind wir auf 10 oder 12 nach hinten gegangen und dann konnten wir leider nicht mehr zurückkommen. Ein großes Ding, ja. Mein Team hat mir vertraut weiterzumachen, Würfe zu nehmen. In der zweiten Hälfte sind die dann auch endlich gefallen. Das ist dann natürlich gut für den Rhythmus. Und dann lief's. Definitiv. Ein ganz starkes Spiel. Die Ausverkauf der NRW Arena feiert. Jetzt geht's zu den Artland Dragons. Untertitelung des ZDF für funk, 2017